IG Bau unterwegs. Im Wahlkreis Büro in Norden, bei Johann Saathoff, sind wir zu Gast und reden über den Tarifvertrag. Johann hat aber noch eine Botschaft. Welche Botschaft gibst du den Reinigern mit? Ja, ich kann den Gebäudereinigerinnen und Reinigern eigentlich nur mit auf den Weg geben. Solidarisiert euch. Schließt euch zusammen. Denkt daran, wie das früher bei der Arbeiterbewegung war. Die Menschen haben erkannt, dass sie alleine nicht wirklich Erfolge erzielen können, sondern nur in der Gemeinschaft auch stark genug sind, um die vielen, vielen Errungenschaften, die wir in Deutschland ja auch bekommen haben, eben auch tatsächlich erwirken zu können. Also solidarisiert euch, tretet in eine Gewerkschaft ein und kämpft für eure Arbeitnehmerrechte, denn ihr habt es euch verdient.